hallo ihr lieben ja ich habe ganz ganz tolle neuigkeiten zwölfter zehntag bester tag der welt zwölfter zehntag 2020 halten wir jetzt hier in diesem video fest denn ich habe endlich ja ich war bei endokrinologen und ich muss sagen jetzt hat plötzlich alles funktioniert ich möchte jetzt hier mal jemanden menschen und zwar ganz gut freundin jetzt von mir geworden und jetzt da ein bisschen druck gemacht bei der praxis das kann ja wohl nicht angehen dass man da so lange warten muss und so jetzt haben sie sich so gedacht ach scheiß drauf brauchen wir alles nicht ich jetzt jetzt macht das eine ärztin und nicht mehr der arzt und ja die sagt auch es gehen mit den gentests ist alles quatsch und nur geldmacherei und es wird eh nichts ändern der therapie und von daher kann ihr heute starten werde ich auch gleich mit euch gemeinsam einnehmen bzw ich werde das einnehmen und euch zeigen wie man das eine zwei verschiedene medikamente und ja endlich ist soweit euch das war ein kampf das war wirklich ein kampf ihr wisst es ja selbst mit die indikation schreiben wo ich da mehrmals weg geschickt aber jetzt die ärztin die jetzt sofort mir alles gegeben die rezepte und 15 euro hat das ganze gekostet und ja nächstes jahr will ich das dann mal kranken krass mal beantragen das kriegt man da auch wohl erstattet aber ja 15 euro ist das wohl wert ja hormone therapie was ist das eigentlich naja es ist essentiell dafür dass man in den richtigen körper kommt beziehungsweise dass sich der körper umstellt auf das weibliche das hier ist androchur das ist dafür da dass dass das testosteron gestoppt wird nicht komplett gestoppt wird was gehört halt nicht in meinen körper rein und das hier ist das estrogen und so pillen einfach mit wasser nehmen hier soll ich nur eine halbe nehmen warum auch immer und hier halt eine ganze jeden tag jeden tag also hier von der halbe und davon feiern dann eine ganze mache ich auch gleich mit wasser ist zwar mit zitronen konzentrat oder so aber ich denke es wird jetzt nicht schädlich sein ja hormone therapie also das andere kur wie gesagt um testosteron zu stoppen damit das alles ein bisschen schneller geht und der müll halt aus dem körper rauskommt schon schlimm genug was es im körper ansteigen kann manche leute zu viel testosteron haben verlieren sogar die haare und naja die stimme gut daran kann ich persönlich sehr schnell arbeiten mit der stimme aber voll viele trans personen haben übelst probleme so eine weibliche stimme hinzubekommen weil die eben halt viel tiefer wird mit den stimmen ich kann halt die stimme kontrolliert kann tief und hoch sprechen also jeder wie er will wie gesagt das kann man trainieren aber ist halt auch blöd ne test ist macht halt quasi stimme kaputt was halt irreversibel also man kann es nicht wieder rückgängig machen einmal test so gehabt und stimme ist weg leute die gegengeschlechtlich das mal an also trans von frau zu mann die müssen das gar nicht trainieren die machen einfach testosteron damit stimme tief aber wenn die dann mist gebaut haben und dann irgendwann merken ja scheiße wäre ich mal doch im weiblichen körper geblieben denn ja gibt es auch keinen weg zurück also testosteron fickt den körper auseinander tatsächlich zerstört den körper und naja ok hormonenbehandlung wie gesagt okay brüste wachsen körperbehaarung geht zurück fettverteilung wird weiblicher libido sinkt bis gen null also macht kein bock mehr auf sex hatte ich sowieso nicht von daher ist ja alles perfekt ist einfach so habe ich irgendwas vergessen glaube nicht wie gesagt die stimme erinnert sich nicht aber die habe ich ja eh schon angepasst still improving es geht immer noch besser ja das wäre es wesentliche und es ist essentiell damit ich mich halt wohlfühle und irgendwie mal langsam ins richtige geschlecht ankomme und ja wir nehmen das jetzt gemeinsam also super geiler tag endlich endlich leute ich habe schon auf freude geheult und ja muss ich mich noch mal komplett neu schminken aber scheiß drauf jetzt geht's los leute nehmen wir erstmal diese schöne pille hier einmal am tag das ist estrogen voll klein das ist ja so mit mikroskopisch klein die kann man ja echt verlieren und beim andere kurs ist ein bisschen komplizierter wie gesagt die muss ich irgendwie zwei teilen da werden pillen geköpft ich weiß noch gar nicht wie ich das machen werde ich mir da messer schnappen muss was katten muss ob ich das eigentlich so irgendwie mit langen fingernägeln und so muss ich dann schauen okay hier we go endlich geht's los leute ich werde euch auch immer auf den laufen erhalten nach drei monaten melde ich mich zurück wie es mir ergangen ist was sich so verändert hat und dann melde ich mich nach sechs monaten danach neun danach ein jahr und das machen wir jetzt drei jahre lang würde ich sagen in drei monaten abschnitten drei monats abschnitte melde ich mich nach allen drei monaten immer wieder und gebe euch eine rückmeldung weil wie gesagt das soll ich doch vorher sagen nebenwirkungen können sein hitze wallung kälte also übertriebenes kälte empfinden übelkeit depressionen vor allem bei dem zeug ja da soll man übelste depressionen von bekommen manche auch nicht mein gott ich hatte schon die ganze zeit depression weil ich das zeug nicht bekommen habe von scheiß arzt die ärztin ist zum glück ein bisschen anders gewesen die hat das leid erkannt sofort und hat sofort gehandelt naja auf jeden fall ja hier we go okay warum brauche ich denn dafür wasser ist doch einfach so runter also die pflanzlichen pillen die vorher genommen die fast gar nichts gebracht haben die sind 500 mal so groß gewesen okay merk das nicht mal süß die sich wie so zwischen den zähnen gerutscht so in der backe obwohl gar nicht runter du kommst aber runter fräulein so ist natürlich jetzt runter und jetzt müssen wir mal schauen wie sie eine andere kur gedöhnt sind auch so wenig drin nur 45 stück ne naja gut aber wenn man für eine tablette zwei tage braucht 45 90 tage drei monate ja kommt hin sollte ich auch wieder einen termin machen meine ärztin so wie krieg das denn jetzt kaputt scheiße leute ich krieg's nicht kaputt ich darf die nicht ganz nehmen okay ich hole kurz ein messer wow jetzt werde ich gewalttätig jetzt zeige ich ein messer in der kamera oh gott nicht dass es jetzt irgendwie durch die halbe wohnung springt hier die pille ist doch richtig scheiße man man die sowieso nicht komplett ganz nehmen so machen sie auch nicht eine halbe größe oder so ist doch vollkommen beschissen oh mein gott ich glaube die ist nicht oh mein gott die ist gar nicht richtig gedings jetzt habe ich hier so einen ganz kleinen bruchteil und nein ich nehme mal das große zuerst ja das große nehme ich jetzt zuerst oh gott habe ich morgen diese paar krümel guckt ihr euch das mal an das ist doch komplett beschissen die hälfte ist ja jetzt viel größer ne ich nehme jetzt erst die krümel ganz ehrlich weil die verliere ich sonst so ein scheiß okay das ist ja nicht empfehlenswert man da muss mir noch was besseres überlegen ist weg ja das ist doch ein mist gut ich denke ich war auch die dumme hallo fixier doch mal du scheiß kamera hallo dann halt nicht weißt du eine bruchstelle und irgendwie hat sich das messer gedacht nö die brauchen wir nicht die bruchstelle ja das war auf jeden fall fehl ich hoffe ich werde damit noch besser weil das ist auf jeden fall nicht 50 50 jetzt habe ich irgendwie was dass ich hier steht ja zehn mikrogramm sind das ne und jetzt habe ich wahrscheinlich so drei mikrogramm und morgen sieben naja kann ich mir auf morgen freuen naja es wäre auch besser mit weniger anzufangen aber morgen habe ich dann die dreifache dosis gefühlt hat das soll zum kotzen naja ich bin auf jeden fall froh jetzt geht es richtig los leute kann sein dass ich jetzt ja zickig werde was quasi jetzt weibliche pubertät und all die weiblichen zuschauer unter euch ihr kennt das ja sicherlich noch von früher oder wenn ihr auch in der pubertät seit 25 habe ich das jetzt weiß nicht wie lange das geht denke auch ein ja oder so kann jetzt sagen sie ja mega zickig bin also wenn ich im let's play bis bin oder wenn ich wieder streame ich muss mal gucken wie die wirkung gebaut bei mir ist auf jeden fall ja geht das dann richtig los ne ich hatte schon durch das halt so ein flaster illegal ist das ja quasi ohne ärztliche aufsicht jetzt die partei gehabt aber ganz niedrig dosiert habe ich überhaupt nichts gemerkt naja mal schauen die tabletten sind ja auch höher dosiert und plus da ist noch diese andere kur jetzt mit bei ach ja und der kock wird kleiner durch das andere kur und der hohen wird kleiner durch das östrogen das habe ich vergessen zu sagen ich wusste ich habe irgendwas vergessen naja whatever ich denke mir immer noch so ja trans frauen voll dem vorteil kock ist immer noch da und du musst dich auf irgendwelchen gaststätten klos die hinsetzen wo ihr alles herunterkommen und versaut ist und ja dann bin ich die jenige die am ende lacht ne ja also könnt ihr euch für mich freuen oder denkt euch so ja die spinnt die alter sich das alles antut macht was ihr wollt auf jeden fall bin ich jetzt viel glücklicher weniger depressionen vielleicht kriege ich jetzt durch diese tabletten depression was sind dann gute depressionen sag ich mal geht voran wo sie nur auf das scheiß amtsgericht noch warten bis der andere guten gutachter sich meldet und dann geht das auch weiter also fortschritt kann sich sehen lassen definitiv gut leute hormone therapie mäßig melde ich mich da drei monaten wieder und ja mal schauen wie es wird und wirkt ich wünsche euch was hat rein stay awesome eure cecil ach so wenn ihr noch irgendwelche fragen habt zu der therapie und zu den pillen schreibt es ruhig in den kommentaren ich beantworte das den kommentaren ich beantworte das die Bis zum nächsten Mal.